In der kommunalen Kita Funkelfix im Stadtteil Olvenstedt erhielten kürzlich Vorschulkinder der Einrichtung symbolisch Masken. Damit möchte die Koordinationsstelle Kinderschutz und Frühhilfen auf die Maskenpflicht für Kinder ab sechs Jahren hinweisen. Insgesamt wurden 2500 kindgerechte Mund-Nasen-Bedeckungen mit dem Kima-Logo bedruckt. 59 Kitas mit 1631 Vorschulkindern und zehn Tagespflegestellen mit 35 Vorschulkindern erhalten die Masken. Hinter der Abkürzung Kima steckt das Netzwerk Kinderschutz und Frühhilfen Magdeburg, das viele Akteure vereint. Infektionsschutz ist auch Kinderschutz, so das Ansinnen des Kima-Netzwerkes. Sozialbeigeordnete Simone Borges erläutert, in der Corona-Pandemie soll jedes Kind in der Lage sein können, sich selbstständig zu schützen. Die Masken tragen ein Stück dazu bei. Die Erzieher der Magdeburger Kitas erhalten zudem vom Jugendamt kindgerechte Ideen zum Umgang mit der Maske sowie Poster zum richtigen Maskentragen. Die pädagogischen Fachkräfte der Kindertagesstätten und Kindertagespflege üben spielerisch den sicheren Gebrauch der Maske. Anlegen, Tragen, Abnehmen, Waschen. Eltern, die ihre Kinder zu Hause betreuen, können sich an die Koordinationsstelle Kinderschutz und Frühhilfen wenden, um eine Kima-Maske zu erhalten.